Okay, weiter im Text. Wir hatten erst eine Methode gehabt, lustig machen. Zweite Methode ist, den Botschafter diffamieren. Und was haben sie gemacht mit dem Propheten, a.s.w. Sie haben zum Beispiel gesagt, zu Sessur 44, Vers 13, 14, haben sie gesagt, dann wenden sie sich von ihm ab und sagen, der, also der Prophet, der ist Muallam, der wurde beigebracht. Das heißt, der Koran ist nicht von Gott, sondern das hat ihm irgendeiner erzählt. Und der ist Muallam, der ist verrückt. Gut, Al-Walid ibn al-Muira, der hat damals die Quraysh gesammelt in Maussim al-Hajj. Was sind Maussim al-Hajj? Saison von Hajj. Weil in der Saison von Hajj kamen die Araber aus den ganzen Städten. Und diese Situation hat der Prophet immer genutzt, um zu den Städten zu gehen und mit den Leuten zu reden. Das heißt, öffentliche Dawa. Viele Menschen auf einmal die Botschaft geben. Und dann haben sie gesagt, wir müssen uns jetzt einigen, was wir den Leuten aus den anderen Städten sagen. Weil wenn jeder was anderes erzählt, der eine erzählt, der ist ein Lügner, der andere erzählt, der ist ein Zauberer, der andere erzählt, der ist verrückt, dann sagen die ja, ihr widersprecht euch ja. Das heißt, wir müssen uns zusammentun und abstimmen. Und die wussten selber nicht, was sie wählen sollen. Und dann haben sie am Ende gesagt, ja, das Beste ist, wir sagen Zauberer. Wir sagen, er ist Zauberer. Und was lernt man hier durch? Brüder, glaubt es mir. Al und Batil, die tun sich heute zusammen, um gegen den Islam zu kämpfen. Brüder, wir haben einen Vortrag in Frankfurt gehabt. Da haben die Demonstrationen gegen uns gemacht. Auf der einen Seite Linke, auf der anderen Seite Rechtspopulisten. Das passt überhaupt nicht überein. Das ist so wie, wie soll ich sagen, Nazis, ja, ist ja so, Nazis und Schwarze protestieren gegen, weiß ich, gegen Juden oder so. Das ist völlig, das gibt es gar nicht. Die protestieren gleichzeitig gegen dieselbe Gruppe. Unglaublich. Warum? Al und Batil trifft sich zusammen. Warum? Weil die haben einen Führer. Wer ist der Führer? Der Scheitan. Das darf man auch nicht unterschätzen. Der Scheitan ist derjenige, der ihnen hilft, der ihnen die Pläne auch gibt. Der hat Erfahrung. Aber der Scheitan hat Erfahrung seit Adam. Er hat so viel Erfahrung mit den Menschen, wie die Menschen reagieren. Der hat die Geschichte der Menschen richtig, und den Charakter der Menschen richtig studiert. Und wie gesagt, genau das sehen wir heute auch. Und so versucht man zum Beispiel heutzutage, die Prediger, heutzutage für mich zum Beispiel, versuchen mich unglaubwürdig zu machen. Da sind sie zum Beispiel in einem Zeigungsartikel, zeigen sie ein dickes Auto mit dem Nummernschnitt H-A-M-Z-A-9-11-11. Hamza 9-11. 9-11, 11. September. Dann sagen sie hier, oh, das dicke Auto. Das ist das Auto von Pierre Vogel. Wie finanziert er denn das Auto? Ja, so auf diese Tour. Problem ist, das ist gar nicht mein Auto. Das ist ein Auto von einem Freund. Du fährst mit dem Auto von einem Freund, von dir, dann tun sie so wie, aha, guck mal, was der für Gelder hat und sowas. Ich habe übrigens, wollt ihr meine Automarke kennenlernen? Ich habe gar kein Auto. Dritte Methode, Angriff auf die Botschaft. Wir haben gesagt, lustig machen über den Propheten, beziehungsweise den Daia und die Folger oder die normalen Muslime. Zweitens, Diffamierung des Botschafters. Drittens, Angriff auf die Botschaft. Das heißt, der Koran, beziehungsweise die Botschaft selber. Da gibt es auch unterschiedliche Methoden zu verschiedenen Zeiten. Zum Beispiel, zur damaligen Zeit haben die zum Beispiel gesagt, haben die gesagt, wie zum Beispiel, die Botschaft selber. Wer soll denn diese Knochen wiederbeleben, wenn die morsch geworden sind? Allah antwortet ganz einfach. Derjenige, der sie beim ersten Mal lebendig macht, macht sie auch beim zweiten Mal lebendig. Das heißt, wenn der in der Lage war, aus einem Samentropfen einen Menschen zu erschaffen, dann ist er auch in der Lage, aus der Erde einen Menschen zu erschaffen. Weil jeder weiß, dass ein Mensch erschaffen wird, also, im Endeffekt durch einen Samentropfen. Also, wenn das möglich ist, wie ist es denn erst damit? Ganz einfache Antwort, ja? Oder zum Beispiel, sie haben gesagt, wie es euch sucht, 83 Vers 13, Wenn zu ihnen unsere Verse vorgetragen werden, sagen sie, das sind nur so Märchen von früher. Heutzutage sehen wir auch sehr, sehr viele Vorwürfe, die gemacht werden. Der Koran hat auf diese Vorwürfe ganz einfach geantwortet. Wenn heute Vorwürfe gemacht werden, was müssen wir tun? Wir als Muslime? Da müssen wir auch antworten. Brüder, wisst ihr, was es heute gibt? Heute gibt es Brüder im Islam, die sagen, wenn du auf die Vorwürfe der Muschlikun arbeitest, antwortest und die widerlegst, dann hast du Fitnah gemacht. Ach, keine Fitnah. Lass das lieber. Ach, der Koran antwortet auf diese Schubuhat. So, was sind zum Beispiel die Punkte, die heute gebracht werden über Islam? Nennen wir mal so ein paar Sachen, die immer erwähnt werden. Du hast schon so auf den Lippen, oder? Nennen wir mal eine Sache, nennen wir mal ein paar Beispiele, wie heute der Islam angegriffen wird, was gesagt wird. Zum Beispiel Kopftuch. Bad. Scharia. Zum Beispiel. Zum Beispiel Kopftuch. Ich habe darüber einen Vortrag gemacht, ja, über Kopftuch. Ach, wie manche Leute, die schämen sich heute, zu sagen, das Kopftuch flüchtig ist. ja, denen, wie manche Leute, die schämen sich heute, die schämen sich heute, du hast, das sind, weil jeder, die schämen sich heute, ja, ja, Drei klare Verse. Khimah, Hijab, Jilbeb. Bad ist eigentlich weniger. Finde ich. Wer sagt denn zu dir Bad? Das sind mehr die Muslime. Übertreib doch nicht. Ich übertreib doch nicht. Ich finde das schön. Scharia, zum Beispiel Scharia. Scharia ist einer der Hauptangriffspunkte. Warum? Warum ist das so? Warum ist das heute der Hauptangriffspunkt? Weil das der Knackpunkt ist, Bruder. Das ist der neue Gott. Das ist der Name Säkularismus, der verteidigt wird. Das heißt, dass der Mensch das Recht hat, zu sagen, was er will und zu machen, was er will. Viel als Muslime sagen, aber das ist prinzipiell nicht so. Aber das heißt nicht, dass es uns erlaubt ist, hier zum Beispiel zu stehlen, zu klauen oder was auch immer. Ich bin nicht mit dem Gesetz, in einen Konflikt zu kommen, aber wenn du mich fragst, ja, was ist das beste Gesetz? Hat ein Muslim keine andere Wahl, außer zu sagen, das Gesetz, das, was Allah herabgesandt hat. Weil das vollkommen ist, das ändert sich nicht. In Deutschland war vor 1969 Homosexualität verboten. Heute ist erlaubt. Hast du das Koran gelesen? Suche 4, Vers 65 Suche 5, Vers 44 Suche 5, Vers 50 Suche 9, Vers 31 haben wir eben schon genannt. Suche 12, Vers 40 In al-Hukmu illa lillah Suche 42, Vers 21 Das heißt, so viele Verse, die darauf hinweisen, dass der Muslim sich an das halten muss, was Allah herabgesandt hat. Die Frage ist jetzt, wo kommt man in der Realität in den Konflikt? Aber das Konzept an sich ist klar und deutlich. Das Konzept an sich ist klar und deutlich, dass der Muslim dazu verpflichtet ist, das zu respektieren, was Allah ihm, wozu allein beauftragt hat. Wehe, du sagst das. Dann sagen sie, oh, oh, verfassungsfeindlich, oh. Ich dachte, es gibt Meinungsfreiheit, was ist los? Ich habe doch nicht gesagt, gehen die Bank, überfallen die Bank. Oder steinige, was weiß ich hier, Angela Merkel oder so. Habe ich doch gar nicht gesagt. Ja, was ist das Problem? Was ist das Problem? Hier Meinungsfreiheit. Wo ist die Meinungsfreiheit? Es gibt gar keine Meinungsfreiheit. Die reden immer von Meinungsfreiheit. Wir haben Meinungsfreiheit. Wo ist die Meinungsfreiheit? Sobald du deine Meinung sagst, sind sie dich am Bekämpfen. Ja, nein, aber so, das, was für eine Meinungsfreiheit. Bei uns gibt es Meinungsfreiheit. Ach komm, ich will jetzt nicht tiefer ins Thema reingehen, aber ist einfach so. So, und was sagen wir dann zu denen? Und das Problem ist, dass es einige Leute gibt, Achri, die Muslime sind, die so djehild sind, dass sie in dieser Sache Shubuherd bekommen. Wenn man überhaupt noch Muslim sagen kann, Achri, die dann sagen, ja, die denken, guck mal, du musst dir vorstellen, du musst dir vorstellen, da kommt jetzt Karl-Heinz, Karl-Heinz kommt, verstehst du? Und Karl-Heinz sagt, ja, aber im Islam, da gibt es ja, da gibt es ja beispielsweise in dem islamischen Staat, da gibt es zum Beispiel die Hand abgehackt für jemanden, der stiehlt. Das finde ich aber nicht schön. Guck mal, derselbe Minderwertigkeitskomplex, dann sucht der so lange, weil der denkt sich dann, ja Mensch, Karl-Heinz ist doch aus Europa. Und die Europäer haben doch die Kaffeemaschine erfunden, und die haben doch, die haben doch das Auto, der kann das doch nicht, die haben doch Verstand, wie kann das sein, dass er das schlecht findet? Wisst ihr, was der dann macht? Der sucht dann so lange nach irgendeiner Erklärung, bis er dann sagen kann, ja, nee, das können wir heute anders verstehen. Das ist dann so das Modell so, das ist der Islam, dann macht er so, aber, kadabra, simsalabin, ja, jetzt ist es anders. Eben war noch Hand abhacken, für Diebstahl, jetzt haben wir es umgeändert. Und Karl-Heinz, gefällt es dir jetzt? Dann sagt Karl-Heinz, ja, aber Kopftuch. Ah, Kopftuch gefällt dir nicht? Moment. Jetzt gibt es kein Kopftuch mehr im Islam. Und Karl-Heinz, willst du jetzt den Islam annehmen? Ja, aber da gibt es bei euch noch, wie heißt es? Hier, Ehebrecher, Ehebruch ist verboten. Moment, heutzutage können wir das alles anders verstehen. Heutzutage gibt es ja Verhütungsmittel. Und, wie ist es jetzt, Karl-Heinz, jetzt, willst du Islam annehmen? Ja, aber fünfmal am Tag beten? Nee, nee. Du musst nicht, du sollst. Und jetzt, willst du Islam annehmen, jetzt? Fasten ist kein Problem. Wenn du nicht fasten kannst, wenn es schwer für dich ist, dann lass. Jetzt Karl-Heinz, wie sieht es aus? Willst du jetzt Islam annehmen? Ja, aber, ähm, ja, ich weiß, ich will eigentlich so bleiben, wie ich bin. Oder jetzt sagt er, ja, okay, ich nehme Islam an. Der hat aber dann nicht Islam angenommen. Der hat eine neue Religion angenommen. Das ist nicht Islam. Islam heißt, sich Gott ergeben. Ergeben. Ergeben heißt, ich höre, Allah sagt was, und wir sagen, wir gehorchen. Und nicht, wir hören, und dann verdrehen wir ein bisschen, machen unseren neuen We-Mix, dann sagen wir, ja, jetzt gehorchen wir. Ach, das ist, der verkauft sich selbst für Blöde. Dann sag lieber, dann sag lieber, ich trage kein Kopftuch, aber ich mache einen Fehler. Ich, ich trinke Alkohol manchmal, ich weiß, es ist falsch. Ha, ich habe da einen Fehler und da einen Fehler. Aber lasse die Religion, so wie sie ist, subhanallah. Was haben wir noch? Ja, Angriff auf die Botschaft. Dann, Fitna unter Duat und Supporter machen. Ganz wichtig, fünfter Weg. Die versuchen, Fitna zu stiften, unter den Unterstützern des Islam. Ja, und wir haben das damals zum Beispiel gemacht, Abu Talib hat den Propheten unterstützt. Obwohl er ein, kein Muslim gewesen ist, aber er hat ihm geholfen. Dann sind sie zu ihm gegangen. Was haben sie zu ihm gesagt? Seengemäß, sie haben gesagt, guck mal, dein, äh, äh, dein Neffe, der beleidigt unsere, unsere Götter und unsere Religion und so weiter und so fort und der spaltet unsere Gesellschaft. habt ihr ja schon mal gehört, der spaltet unsere Gesellschaft. Das sagen die bei mich immer, ja. So, und dann haben sie versucht, Abu Talib dazu zu bringen, ihn aufzuhalten. Und genau so machen die das heute auch. Die gehen zum Moschee vorbei oder zu Leuten, wo sie denken, die könnten denjenigen, der Dauer macht, beeinflussen. Und dann sagen sie dem, oh, ihr seid ja gut, Mensch, mit euch sind wir ja so zufrieden. Aber wisst ihr was, Bruder, ich hab, ich hab, ich weiß das selber. Ich gebe jetzt ein Beispiel von mir, es gibt, viele Leute, die viel besser sind als ich, nur weil ich meine Situation kenne. Ja, da kommen die zu Moscheen, da sagen sie, ihr seid ja gut, aber dieser Pierre Vogel, der sagt, Hijab ist Pflicht. Der sagt, wer Islam nicht annimmt, geht in die Hölle. Herrlich sagt der sowas, das darf doch wohl nicht wahr sein. Kann man sowas nur behaupten, doch wir sagen das auch weiterhin. Alhamdulillah, versteht ihr? Und so versuchen die dann, die Leute zu spalten. Wisst ihr, was die damals in Deutschland gemacht haben? Macht euch schon mal drauf, ich bin mal gespannt, nächstes Jahr, was passiert, wenn ich eh komme. Die sind, guck mal, im Jahre 2007, haben so viele Leute den Islam angenommen, dann sind wir Ende 2007, sind die in Hessen von Moschee zu Moschee gegangen und haben einen Vertrag unterschreiben lassen. Ein Integrationsvertrag. Aber jetzt weiß ich auch, warum ich dich vereinbaren werde hier. Ich hoffe, mir jeden Monat war ich in Fünffurt und in Hessen. Allein im Jahr 2008, war ich so oft hier gewesen, aber Hallen, aber hier ist das Problem, hier, 27.9.2007, Integrationsabmachung, ich würde mir gerne wissen, was das für eine Integrationsabmachung ist. Religion aufgeben, ganz klar. So wird einem die Religion langsam aus der Tasche gezogen. Und ihr dürft euch diesen Schwachsinn nicht gefallen lassen. So muss man sagen, ich will uns. Die Problematik ihrer Gäste nicht bewusst sind, dass sie die von uns, so funktioniert das hier, so funktioniert, aha, jetzt habe ich Bescheid, ihre Folgen, also da sieht die von unserer Seite bisher sehr vertrauensvoll geliebte Zusammenarbeit mit ihrer Gemeinde nicht ernst nehmen oder sich der Problematik ihrer Gäste nicht bewusst sind. Ja, bisher wissen wir nicht, die Problematik kennen wir bisher nicht. Bei den drei vorgesehenen Referenten hat es sich auf zahlreichen Internet und an anderer Stelle öffentlich zugänglichen Informationsquellen und Vertreter der islamistisch-selafitischen Prägler sind. Das Wort selafitisch hat es natürlich nicht fehlen, weil keiner was damit anfangen kann. Und islamistisch auch nicht, weil keiner auch keine was damit anfangen kann. Weil wir von jedem einer sind interpretiert, die sich durch eine besonders integrationsfeindliche Interpretation des Islam austauschen. Jetzt wollen wir mal sehen, jetzt kommen wir mal sehen. Die fundamentalistische Forderung dieser Prägler, zum Beispiel nach Ganzkörperverhüllung von Frauen, haben wir das gesagt? Wollen wir das aufprüfen? Ich habe gesagt, doch, zu fernig, oder? Die sind integrationsfeindlich. Die wollen die Frau, die hier ganz oder verschwellend rumlaufen wollen, wollen sie da erinnert? Das sind die Integrationen, die sind integrationsfeindlich. Integrationsfeindlich ist doch, wenn ich das akzeptiere, dann was die anderen tragen, oder? Weiter geht's. Die Frau, die abnehmen, andere Religionen, neben den Islam, Also sie weinen jetzt damit, dass sie sagen, dass der Islam der Einzelfall und der hektische Gott ist. Was sagen die nun? Sie sind enttäuscht auf. Das hat jede Religion von sich. Ach, das heißt jetzt, die Muslime dürfen als Islam, aber andere Regierungsgemeinschaften dürfen das sagen? Aha. Dann fragen wir sich, ob ihr integrationsfreundliches weitergeht. So, dann, gegen Verschwörungstheiken, die betreffend die Terroranschräge in New York und an anderen Orten, übrigens, das wird hier Verschwörungstheorien genannt, wenn wir sagen, es gibt keinen hundertprozentigen Beweis dafür, dass das Muslime waren. Und außerhalb ist das nicht so, dass das Muslime sagen, das sagen auch nicht Muslime. Da muss man mal im Internet gucken, das sagen auch nicht Muslime. Das heißt, hier wird die Meinungsfreiheit eingeschränkt. Ich bin jetzt dazu verpflichtet, etwas zu glauben, was mit dem Verlobten Medizin erzielt wird. Weiter im Text. Die verachtende Bezeichnung von Christen und andersdeckenden Muslimen als ungläubige, ich sage immer, nicht Muslime, wo ich schon zugesagt habe, oder die Rechtfertigung der Verheiratung neunjähriger Mädchen, Lübe, führen dann Einschätzung des Verfassungsschutzes zu einer Radikalisierung insbesondere von jungen Muslime. Ich teile diese Einschätzung ausgründlich an Sicherheit, weil sie schon nicht die Mühe gemacht haben, sich mal über dieses Thema mit uns auseinanderzusetzen. Damit ihr auch mal wisst, wie hier der Wind weht. Damit man das mal genau sieht, was hier das Ziel ist. Das Ziel ist nämlich ganz klar, euch von der Praktizierung dieser Religion wegzubringen. Dass ihr den Islam so versteht, wie der durchschnittliche Christ das Christentum versteht. Islam mit den Weihnachtsbaum. Das ist der Punkt. Das werden wir hier aber nicht zulassen. Ganz einfach. Ganz einfach. Das ist an unserer falschen Stelle. Und wenn das nicht gefallen, und die können sich immer darauf befasst machen, wie die nächste Kultgebung steht. Für so ein hinterhaltiges Vorfahren, als könnt ihr mit irgendwelchen Eingeschüchterten in den Konten machen, aber nicht mit uns. Und das ist nicht so. Erstmal, was haben wir mit eurer Integration zu tun? Sagt uns erstmal, was für euch Integration ist. Dann müsst ihr, habt ihr schon mal, ich frage euch hier, ganz ehrlich, ihr habt es hier in Österreich auch schon 10.000 Mal gehört. Integration, Integration, die Türken müssen sich integrieren. Es geht ja meistens um die Türken, wenn wir ehrlich sind. Also so sehen die das. Nicht, dass ihr denkt, das kommt von mir. Aber in Deutschland, weil die meisten sind Türke, ja, und dann reden sie so. Wollen die angreifen. Habt ihr schon mal einmal gehört, dass einer gesagt hat, unter Integration verstehen wir, Punkt A, Punkt B, Punkt C, Punkt D. Habt ihr das einmal gehört? Ich frage euch ganz ehrlich, hat einer von euch das gehört, dass sie gesagt haben, Integration ist dieses und jenes? Wer hat noch nie was davon gehört, dass einer es richtig definiert hat? Hast du schon mal gehört, dass einer es richtig definiert hat, was er damit meint? Nee? Nee, ich meine dich. Dich meine ich, ja. Hast du schon mal was davon gehört, dass wir es richtig definiert haben? Du? Nee, warum? Ach, das ist nur dummes Gequatsche. Sag uns, was du meinst mit Integration. Wir sind eine Moschee. Wir sind kein Nähverein. Wir sind kein Folkloreverein. Und wir sind kein Männerchor. Und auch kein Frauenchor. Wir sind eine Moschee. Die Moschee, die Aufgabe der Moschee ist, den Menschen die Religion beizubringen. Unsere Aufgabe ist nicht, den Menschen die deutsche Sprache beizubringen. Oder Chinesisch beizubringen. Hier wird die Religion beigebracht. Hier wird die Religion geprägt. Hier wird gebetet. Hier wird schon mit der Religion unterhalten. Oder gehen wir jetzt in die Kirche und machen in der Kirche einen Nähkurs. Oder was? Oder einen Basteltverein auf, oder was? Oder Fußballverein. Versteht ihr? Ach, was ist mit Integration gemeint? Sprache. Hat irgendein Muslim jemals einem verboten? Hat irgendein Imam jemals jemanden verboten, der in Deutschland lebt oder in Österreich, die deutsche Sprache zu lernen? Hat ihr das jemals gehört? Gibt es gar nicht. Hat irgendein Imam gesagt, ja geh in die Bank, raubt die Bank aus? Quatsch. Die Imame sagen euch, seid gute Bürger. Behandelt die Menschen gut. Stehlt nicht, klaut nicht, seid ehrlich, seid dies, seid das. Das ist die beste Integration. Das ist die beste Integration. Aber das ist gar nicht das, was mit Integration gemeint ist. Was die mit Integration meinen ist, dass du die Religion so verstehst, wie sie das Christentum verstehen. Hier. Wenn dir was nicht gefällt, rührst du mal. Das ist nämlich das Problem an der ganzen Sache. Und so funktioniert, genau so funktioniert das heute. Deswegen sage ich nochmal zu jedem, ihr müsst wissen, es wird immer Leute gehen, die den Islam bekämpfen. Sechste Methode, ganz wichtig, Ablenkung von der Botschaft. Wir hatten hier Bekämpfung. Wenn das alles nicht klappt, diese ganze Fitner stiften, Leute durcheinander beschimpfen, beleidigen und so weiter, lenkt man von der Botschaft ab. Zur damaligen Zeit gab es ein Nadar Ibn al-Harif. Der ist nach Persien gegangen, um die Geschichten der Perser zu lernen und dann zurückzukommen, die Leute abzulenken. Die haben original, wenn jemand Islam annehmen will, wird überrichtet, haben die Frauen vor seiner Tür geschickt, die dort vor der Tür getanzt haben und solche Sachen. Nur hier ist sowieso alles am Tanzen. Da wirst du sowieso abgelenkt. Aber wisst ihr, was mir mal aufgefallen ist? Zwei Sachen. Erstens, im Ramadan, ich meine, ich habe zwei Augen. Natürlich, wir wissen alle, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Frau sehen, die leicht bekleidet ist, dann müssen wir die Blicke senken. Aber natürlich, du guckst manchmal durch die Gegend und siehst was. Im Ramadan in Deutschland, komischerweise im Ramadan, hängen die immer Werbebilder auf von irgendwelchen Frauen, die ganz leicht bekleidet sind. Ohne Quatsch. Ach, da musst du mal drauf, ja ich meine, du sollst da nicht drauf achten, aber du wirst es sowieso sehen. Und dann überleg mal, im nächsten Ramadan überleg mal. Da hängt wieder irgendeine Unterwäsche-Werbung an einem Dings. Dann ist es auch Muslime mit Sachen beschäftigen, die ihnen nichts bringen. Guck mal hier. Heute gibt es Leute in Deutschland, die werden beschäftigt mit islamischem Religionsunterricht. In Deutschland, ich rede nicht von hier, hier ist die Situation wesentlich besser, soweit ich weiß. Aber das Ziel dieser Sache ist eigentlich nur, da die Gedanken zu verdrehen. Ein Islam zu schaffen, der kein Islam mehr ist. Und die Leute sind sich da am Bemühen und am Bemühen und am Bemühen und am Bemühen. Und die vergessen eigentlich, sich auf die eigene Arbeit zu konzentrieren. Alles dreht sich nur noch darum, einen bestimmten Religionsunterricht zu machen, der im Endeffekt nur darauf abzielt, den Islam zu entschärfen. Siebtens, faule Kompromisse. Es werden faule Kompromisse gemacht. Zum Propheten sind sie damals gegangen und haben gesagt, komm mal, du betest eine Woche, du betest eine Woche, du betest eine bestimmte Zeit unsere Götter an, wir beten eine bestimmte Zeit deine Götter an. Was hat der Prophet gemacht? Der hat sich nie auf diese Kompromisse eingelassen. Der hat sich nie auf diese Kompromisse eingelassen. Genauso ist es heute. Muslime wollen einen bestimmten Posten haben, dann müssen sie sich vorher erstmal zu irgendwelchen Sachen bekennen, die mit dem Islam nichts zu tun haben. Genau dasselbe in grün. Früher war es, du betest meinen Gott an und wir beten deinen Gott an. Und heute ist es, ja, du nimmst etwas von deiner Religion weg und danach darfst du mit dem Innenminister an einem Tisch sitzen. Und er denkt sich, ah, warte mal, das ist eigentlich ganz gut, das ist ja eigentlich weise. Wir lassen erstmal etwas weg von der Religion und dann kommen wir mit dem Innenminister an einem Tisch und dann können wir vielleicht hintenrum etwas erreichen. Guter Gedanke, schlechte Methode. Ich sage euch, sage Al und Batil, wir arbeiten nicht unter deiner Flagge und wir sind nicht mit deinem Urteil zufrieden und wir bekennen deine Herrschaft nicht. Sondern wir sind Muslime und alles, was Koran und Sunna widerspricht, haben wir nichts mehr zu tun. Ganz einfach. Was du von uns erwarten kannst, ist, dass wir uns hier an die Regeln halten, im Sinne von nicht stehlen, nicht glauben, etc. Kein Umbringen, keine Vergewaltigung und so weiter. Das kannst du von uns erwarten. Aber alles andere, dass ich auch nur eine Sekunde in meinem Leben deiner Iberda widme, dass ich auch nur eine Sekunde in meinem Leben deinen Göttern widme, kannst du vergessen. Hier ist die rote Linie. Genau wie beim Propheten. Was wurde damals herabgesandt? Suche 68. Sie wollen, dass ihr schmeichelt, sodass sie schmeicheln. Und Suche 109. Oh, ihr Ungläubigen. Ich diene nicht dem, dem ihr dient und ihr dient nicht dem, dem ich diene. Ganz einfach. Rote Linie. Hier gibt es keinen Kompromiss. Es gibt Sachen im Islam, wo es Kompromisse gibt. Aber was diese Akida-Linie angeht, gibt es keinen Kompromiss. Es gibt gewisse Kompromisse. Dann, Bestechung. Ötba ibn Rabia, der ist zum Propheten gegangen, hat versucht, ihn zu bestechen. Der hat gesagt, guck mal, wenn du Geld haben willst, wir sammeln so viel Geld, bis du der reichste von uns bist. Und wenn du Frauen haben willst, wir holen die 10 schönsten Frauen, die du heiraten kannst. Und wenn du Macht haben willst, wir machen dich zum Machthaber, so dass wir nichts mehr ohne dich entscheiden können, wenn du dies willst und das willst. Und wie hat der Prophet geantwortet? Er hat gesagt, bist du fertig geworden? Er hat ihm den Koran zitiert. Hamim. Tamzidu minarrahmanirrahim. Ja? Das heißt, was heißt das? Das heißt, es gibt keinen Millimeter, Achi. Keinen Millimeter. Wir sind nicht gekommen, um Geld zu verdienen. Oder irgendwas. Aber hier ist das Problem. Bruder, so kommt der Feind. Bruder, so haben die einige Leute, wisst ihr, wie die die bekommen haben? Dass sie für irgendwelche Geheimdienste arbeiten. Mit Geld. Ja? Die gucken, wer hat Probleme. Ja? Faule Kompromisse, beziehungsweise Bestechung. Diese achte Methode, ja? Ja? Die kommen, die wissen zum Beispiel, der hat Schulden. Und, oder, hat andere Probleme. Dann kommen sie zu, Bruder, zu mir ist ein Bruder gekommen. Wallahi. Der hat mir erzählt. Der hat richtig Schulden gehabt, die sind zu ihm gekommen, haben ihm Geld geboten, dass er nach Bonn zieht, ja? Das sogenannte Capital of the Islamists in Deutschland, ja? Dass er dort hinzieht und er soll die Leute, ja, soll die Leute zum Jihad aufrufen, ne? Und dann soll der mit denen bis nach Irak reisen, ja? Und dass die, die dann wieder einen großen Kug machen können, Leute gefangen haben und so was. Das hat er mir erzählt. Kriegen die Geld für. Also, verstehst du, solche, solche, solche Sachen hat mir ein Bruder erzählt. Verstehst du, deswegen sagt man, Bruder, arbeite nicht mit irgendjemandem. Und manche, die denken, sie tun mit solchen Sachen was Gutes. Die denken, ach ja, nehmen wir erstmal dieses Geld oder nehmen wir diesen Posten, guck mal, ihr kriegt von uns die Rechte, dieses und jenes zu machen. Ihr könnt dann eine Islamschule gründen. Ihr könnt dann eine Universität gründen, zum Beispiel, ja? Aber, ne? So auf die Tour. Dann sagt er sich, hm, warte mal, normalerweise, ich habe doch mehr Nutzen, wenn ich diesen Weg gehe, dann haben wir danach eine Universität. Deswegen sage ich, Bruder, arbeite nicht mit Adol-Batil zusammen. Ist so. Es hat keiner dazu gezwungen, wenn hier einer kommt vom Verfassungsschutz und sagt, hier, wir wollen uns treffen oder was, oder wollen mit dir arbeiten, sagt, wir schicken sie mir eine schriftliche Einladung. Stehst du? Ist so. Ach je. Wir sind nicht dazu verpflichtet, ich sage das nochmal, weil viele Brüder verstehen das falsch. wir, von uns kann keiner etwas erwarten, außer eins, dass wir hier die Regeln nicht übertreten. Was sagen wir nicht damit? Stehlen, klauen und so weiter, betrügen und so weiter. Alles andere kann man von uns nicht erwarten. Weil viele denken, sie müssen irgendwelche anderen Dinge bringen. Uninteressant. Lern Deutsch und halte dich an die Regeln. Das war's. Über mich sind sie immer am Reden, Hass, Prediger, dies, das, hin, her. Ja, wir können ihm nichts vorwerfen, keine Straftaten. Ja, was ist jetzt das Problem? Ja, das Problem ist Islam, ganz einfach. Das Problem ist Islam. Weil wir haben nichts anderes gesagt, als die Wahrheit. Wenn jemand irgendwas findet, was nicht die Wahrheit ist, dann will man Bescheid sagen. Ich habe hier nur Beweise von Koran und Sunnah. Ich habe es hier sogar mit Zuhrennummer aufgeschrieben. Weiter im Text. Herausforderung. Das war zum Beispiel zur damaligen Zeit, als die Propheten herausgefordert haben. Das ist zum Beispiel die Sorte von Israel. Und dann Untertitelung des ZDF, 2020 Mach mal kurz. Kannst du mal die vorletzte, wer kann Arabisch lesen? Kannst du die vorletzte, das müsste die drittletzte Seite sein. Mer kuntu ila basharu rasulah. Wa ma manna an nasa ayyub minu illa isjamu hudda illa an kawla aba'atallahu basharu rasulah. Müsste die vorletzte Seite sein von Sud al-Isra. Auf jeden Fall die Herausforderung. Die sagen, wir werden dir nicht glauben, bis du aus der Erde Flüsse Quellen hervorspulen lässt. Und bis du einen Garten hast mit Rebstöcken und mit Palmen und du lässt dazwischen Flüsse hervorspulen. Und bis du den Himmel, wie du uns angedroht hast, auf uns herabfallen lässt. Und bis du mit Allah und den Engeln kommst, sodass wir sie sehen. Ja, super. Subhana rabbika, mer kuntu ila basharu rasulah, habe ich eben gesagt. Was war das? Wo ist das? Hell, ja genau, hell kuntu. Ich habe eben mer kuntu ila basharu rasulah, habe ich schon gemerkt. Ja, subhana rabbi, hell kuntu ila basharu rasulah. Ich sage Allah auch gerne, Bruder. So, auf jeden Fall. Bin ich etwas anderes als ein Mensch? Und die Menschen haben niemals etwas davon abgehalten, zu glauben? Hat Allah einen Menschen als Gesandten geschickt, sagt er. Dann sagt er, Das heißt, wenn auf der Erde Engel gehen würden, dann hätten wir sie auch vom Himmel Engel herabgeschickt als Gesandte. Ich sage Allah auch, Herr Rahm, oder? Auf jeden Fall. Dann, zehnte Methode. Ja, also das waren damals die Herausforderungen. Natürlich, so eine Art Herausforderung finden wir heute nicht. Aber heute kommt zum Beispiel einer zu, der sagt, beweise mir, dass der Islam friedlich ist. Oder beweise mir dieses und jenes. So, auf diese Art und Weise, ja. Zehnte Methode, Angriffe im Gebet. Der Prophet war im Gebet, dann kam Urkba ibn Abi Muayyed, mit Kamel in den Reihen, hat sie auf ihn draufgeworfen. La'anatullah ala Urkba. Heute, was ist in München-Gladbach vor zwei Jahren passiert? Auf unserer Musalla haben sie alles voller Hundekot geschmiert. Selbe Methode. Die wollen dich nicht beten sehen, Achai. Was ist in München? Assalamu alaikum, rahmatullahi wabarakatuh, liebe Geschwister im Islam. Ihr müsst euch vorstellen, man hat ja zuerst dafür gesorgt, dass die Moschee zugemacht wird. Dann haben wir in der Wohnung gebetet, haben wir uns die Moschee im Monum zugemacht. Dann haben wir hier auf dem Hof, das ist unser Gelände, Alhamdulillah, haben wir hier gebetet. Was haben sie jetzt gemacht? Da haben sie gestern, wie ihr seht, das ist alles voller Hundescheiße gemacht hier. Das heißt, sie haben Kot vom Hund genommen, haben das hier alles rumgeschmiert. Da war eben sogar noch mehr gewesen. Ihr habt schon vieles entfernt. Und haben dann Bilder gemacht, also mit, ja, raus und so weiter, Plakate gemacht. Wir wollten euch das ja der Feste raus. Ich wollte euch das nur mal zeigen, weil das sind wirklich Parallelen, Subhanallah, die wir sehen zur Zeit des Propheten, a.s. Sallallahu alaihi wa sallam, ja, er hat nichts gemacht. Ja, er hat nur gebetet, er hat gesagt, das, was ich mache, ist richtig, in dieser mechanischen Zeit. Subhanallah, was haben sie gemacht? Umso mehr er die Leute aufgerufen hat, umso schlimmer wurde der Widerstand, obwohl er nichts gemacht hat. Wie Allah im Koran sagt, Sie haben nichts an ihn gehasst, außer, dass sie Allah, den Allmächtigen, den Lobenswerten, an ihn geglaubt haben. An Allah, den Allmächtigen, den Lobenswerten. Und wir sehen so viele Parallelen jetzt, diese ganzen Lügen, die erzählt werden. Und sie haben eigentlich keine Argumente mehr. Und das sind jetzt die neuen Argumente, Hundescheiße, hier hinschmeißen. Und Subhanallah, also es ist wirklich, es ist sagenhaft. Ich bin ein bisschen, also Alhamdulillah, das ist ein gutes Zeichen. Assalamu alaikum. Ich rede nicht von jedem Einzelnen, aber das ist das. Achhi, das Gebet zerfrisst die. Es ist sehr wichtig für uns, zu realisieren, dass der wahre Weg bekämpft wird. Und zu sehen, wie der Prophet, a.s.a. der unser Vorbild ist, auf diese Bekämpfungen reagiert hat. Bisher, diese Wege, die wir gesehen haben, wir haben gesagt, lustig machen. Diffamierung des Botschafts, mit sagen, er ist verrückt, er ist dieses, er ist jenes. Das dritte war gewesen, Angriff auf die Botschaft, dass man mit verschiedenen Schubbeherrkommt, das sind nur Geschichten von Alten, ja, wie will er denn die Toten lebendig machen, ja. Dann, Fitner unter Duat und Supportern, Fitner unter den Predigern zu erschaffen, und Fitner unter denen, die die Prediger, oder die den Deir, hier in diesem Fall, den Propheten unterstützen, wie Abu Talib, ja. Dann, fünftens, das war fünftens, dann, ja, nee, fünftens, Spaltung erreichen, genau, das habe ich eben, gar nicht nochmal erwähnt, die Geschichte mit Shers ibn Kais, Spaltung unter den Muslimen, ja, Shers ibn Kais, der diesen jüdischen Jungen, dorthin geschickt hat, oder den Jugendlichen, der Fitner unter außen, Khazraj, erzeugen sollte, indem er ihnen von früheren Geschichten erzählt, ja. Deswegen, wir dürfen nicht zulassen, dass von außen jemand kommt, und unter uns Muslimen, Fitner erzeugt. Wie können wir das vermeiden? Indem wir die islamischen Achlag-Lehren beachten. Was hat der Prophet, alaihi sallallahu alaihi wa sallam, gesagt? Hütet euch von der Vermutung. Wenn du was von deinem Bruder hörst, was er gesagt haben soll, geh zu ihm, sag, guck mal Bruder, ich habe dieses, jenes gehört. Glaubt es mir, Bruder, das ist mir schon so oft passiert, man hört irgendwas, dann geht man zu einem bestimmten Bruder hin, und er kann einem alles plausibel erklären, dass die Sache ganz anders gewesen ist. Allah sagt im Koran, sag zu meinen Dienern, Mohammed soll zu seinen Dienern sagen, sollen das Gute sprechen, denn der Satan, der will unter ihnen was machen, und zmitrachtsch, Kampf erzeugen, denn der Satan ist für die Menschen ein deutlicher Feind. Deswegen, du sagst vielleicht ein Wort, und jemand anders versteht es falsch. Bruder, ich habe mich einmal mit so einem, der auch ein bekannter Prediger ist, in Deutschland, relativ bekannt ist, unterhalten, und ich habe mit ihm gesagt, guck mal, was du dort und dort über mich gesagt hast, dann sagte er, er hat mir so vermittelt, dass er es gar nicht so gemeint hat, dann sagte er, guck mal, was du und du, was du dort gesagt hast, bei dem und dem Vortrag, dann habe ich gesagt, ich habe dich doch überhaupt gar nicht damit gemeint, aber da habe ich mich in seine Lage rein versetzt, und ich habe ihm das auch gesagt, dann habe ich gesagt, wenn ich in deiner Stelle gewesen wäre, ich hätte das genauso verstanden wie du, und ich wäre so was von sauer gewesen, ich glaube, ich hätte mit dem Panzer vor deiner Tür gestanden, so ungefähr, wirklich, deswegen, man muss immer vorsichtig sein, und immer daran denken, an diese islamische Lehre, an diese islamische Lehre, inna mal mu'minuna ikwa, die Gläubigen sind Brüder, verzeihe deinem Bruder, Allah vermehrt durch das Vergeben, nur an Kraft, Stärke, Ehre, und keiner ist demütig für Allah, außer das alleine hebt, denke immer an diesen einen Hadith, Wallahi, Brüder und Schwestern, in der Sunna des Propheten, a.s.w., wir sehen so viele Lehren, so viele Hadithe, wenn wir einen Hadith praktizieren würden, richtig, würde sich die Gesellschaft verbessern, der Prophet a.s.w. sagt, keiner ist wirklich gläubig, ein wahrer Gläubiger, bis er für seinen Bruder nicht das liebt, wie für sich selber, was er für sich selber liebt, bis er für seinen Bruder nicht das liebt, was er für sich selber liebt. Stell dir mal vor, bei jeder Tat, die du machst, würdest du an diesen Hadith denken, an jeder Tat. Deswegen hat der Imam Nawawi, rahimallah, das auch in Arba'in Nawawi reingetan, diesen Hadith, weil er so wichtig ist. Stell dir vor, wenn du auf Toilette gehst, du denkst, du gehst aus der Toilette raus, denkst, oh, ich mache die Toilette sauber, wenn ich in die Toilette reinkommen würde, ich würde mir wünschen, die Toilette ist sauber. Wenn auf der Straße noch was Müll, du schmeißt den Müll nicht auf die Straße, du überlegst, oh, ich würde auch gerne die Straße sauber vorfinden. Das sind jetzt Kleinigkeiten, aber stellt euch vor, so würden wir denken. Dann haben wir gesagt, Ablenken von der Botschaft, wie in Nadar ibn Harith. Da haben wir gesagt, dass es einige Moscheegemeinden gibt, die werden mit Sachen beschäftigt, durch verschiedene Institutionen, sodass sie am Ende gar nichts mehr für die Dauer bringen können. Dann, siebtens, faule Kompromisse. Ja, nimm ein bisschen von der Religion weg, dann kannst du dann danach dieses und jenes machen. Wie bei den Propheten, als sie zu ihm gekommen sind, haben sie gesagt, bete du unsere Götter an, wir beten deine Götter an, deinen Gott an. So, dann Bestechung, da haben wir auch drüber geredet, dann Herausforderung, dann Angriffe im Gebet. Da haben wir von, wem geredet? Und bei Ibn Abi Muayyad, der diese Kamelinnereien auf den Propheten, a.s.m. geschmissen hat. Und viele andere Sachen, das sind nur einige Beispiele. Jetzt, elfter Punkt, Medienverfolgung. Damals gab es auch schon Medien, die haben geheißen, nur nicht Bild oder RTL oder wie auch immer, die hießen damals, hießen die Abu Laheb zum Beispiel. Oder Shu'ara, ja. Das waren damals die Medien, die haben Schia gemacht, Poesie und haben Lügen verbreitet und so weiter. Wie sind die Medien heute? Egal, wo der Muslim hingeht und redet etwas über Islam, dann kommen sie hinter ihm her und verdrehen das, was er gesagt hat. Ja, der erzählt sowieso nur. Redet der was Gutes, der macht einen Vortrag gegen Terrorismus? Ungelogen. Leute, ich habe es am eigenen Leib gespült. Ich mache einen Vortrag gegen Terrorismus. Da kommen sie danach. Ja, öffentlich sagt er dieses. Aber, in der Hintertür, ja, genau so. Mit anderen Wochen, der lügt sowieso nur. Ist immer so. Wie war damals die Medienverfolgung? Genau dasselbe, in grün fast. Der Prophet, wo ist der hingegangen? Zu Sukh Zilmajess. Sukh Zilmajess, das war der Markt dort gewesen, wo die ganzen Shu'ara kamen und haben ihre Poesie vorgetragen. Und der Prophet ist dort hingegangen. Was hat er dort gesagt? Hat er sich dort hingestellt, hat gesagt, Entschuldigung, ich bin Muslim, lass uns einen interreligiösen Dialog führen. Nein. Der ist dort hingegangen und hat gesagt, Kulu la ilaha illallah, tuflichu. Sagt la ilaha illallah und ihr werdet Erfolg haben. Und das sagen wir heute auch zu jedem. Wir sagen, sag la ilaha illallah und du wirst Erfolg haben und wenn du es nicht sagst, wirst du in die Hölle gehen. Und dort schmoren bis in alle Ewigkeit. So. Wenn wir das sagen, folgen wir den Weg des Propheten oder folgen wir den Weg des Propheten nicht? Wir folgen den Weg des Propheten. Das ist, was der Prophet gemacht hat, sallallahu alaihi wasallam. Warum ist er so Sukh Zilmajess gegangen? Weil dort viele Menschen waren. Wer war hinter ihm? Sein Onkel Abu Laheb. Wenn der Prophet irgendetwas gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam, hat er gesagt, hört nicht auf ihn, er ist ein Lügner. Hat der Prophet gesagt, grün? Hat er gesagt, blau? Hat der Prophet gesagt, Himmel? Hat er gesagt, Erde? Er hat alles verdreht. Genau wie die Medien heute. Was hat der Prophet gemacht? Was sagen heute einige, wenn die Medien kommen? Die sagen, oh, besser wir zeigen uns nicht, besser wir verstecken uns, weil ansonsten verdrehen die Medien alles. Was hat der Prophet gesagt? Egal, ich mache weiter und die sollen erzählen, was sie wollen. Wir machen weiter. Also er hat das nicht so gesagt, aber so war seine Handlung. Er hat weiter gemacht. Er hat nicht gesagt, oh, ich höre lieber auf und es könnten die Medien was Schlechtes über mich erzählen und es könnte Abu Lahab was Schlechtes über mich erzählen und da denken die Menschen danach schlecht über den Islam. Deine Pflicht ist, die Botschaft zu überbringen. Und so bringt die Überbringung der Botschaft. Was der andere dagegen macht, wir kämpfen dagegen, aber wir lassen uns doch nicht, weil wir Angst haben, dass die Medien etwas über uns, eine Lüge erzählen, von denen abhalten, die Botschaft zu überbringen. Das ist doch das, was sie wollen. Achhi, warum ist der Prophet, der Prophet, a.s.w. zu Jebel Safa gegangen? Warum ist er zu Sukhzul Majas gegangen? Warum hat Musa gesagt, Mawidu kumyomu zina wa ayuhshara nasu duha? Warum? Weil da viele Menschen kamen. Weil die zu vielen Menschen sagen wollten, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dies ist die Wahrheit. Dies ist die Botschaft. Dies ist der Weg zum Paradies. Versteht ihr? Und die haben nicht gesagt, oh, ich gehe da besser nicht hin, weil Musa, der hat so viel Kraft, dann werden wir danach Probleme bekommen. Der Prophet hat nicht gesagt, oh, nachdem das erste Mal Probleme aufgetreten sind, oh, ich höre besser auf, sonst kriege ich Probleme. Oh, ich höre besser auf, sonst darf ich nicht mehr an der Kaaba beten. Er hat weitergemacht. Und wenn sie ihm eine Tür zugemacht haben, sie haben Türen zugemacht. Guck mal. Der Prophet, a.s.w., wann haben sie ihm die Tür richtig zugemacht? Zehnte Jahr nach Hijra. Amul Hussein. Wer ist gestorben? Khadija radiallahu anha und Abu Talib. Was war danach? Es hat so gut wie keiner den Islam angenommen. Aber ein Jahr später, das war zehnte Jahr, ganz wenig, er ist nach Taif gegangen, dann haben sie ihn mit Steinen beschmissen. ganz wenige Leute haben den Islam angenommen. Es sah aus, als wenn er keine Perspektive mehr hat. Alle Wege waren zu, Boykott. Aber ein Jahr später haben sechs Leute von Khazraj Islam angenommen. Und dadurch ist er zwei Jahre später nach Medina ausgewandert und es fing eine neue Zeitepoche an. Mit der Hijra. Versteht ihr? Brüder, wir, der Islam wird siegen. Nicht Inshallah, Maschallah, der Islam wird siegen. Allah hat das schon bestimmt, ich sage das, weißt du, warum ich das sage? Weil Inshallah, verstehen manche Leute drunter, könnte sein, könnte nicht sein. Aber Allah will das schon, Allah hat schon gesagt, er will das. Unsere Pflicht ist den Gläubigen zu helfen. Allah wird denjenigen helfen, die ihnen helfen. Allah ist der Allmächtige, der Starke, der Allmächtige. Das sagt er. Wie oft hat eine kleine Schar, eine große Schar besiegt, mit der Erlaubnis Allahs. Brüder, das muss man wissen, der Islam wird in jedes Haus kommen. Der wird hinkommen. Die Frage ist nur, was hast du dafür getan? Die Frage ist, wo stehst du an diesem Tag? Der Prophet, a.s.w. sagt, das ist der Gesandte Allahs. Sallallahu a.s.w. Allah wird kein Haus lassen, nicht aus Stein, nicht aus Zelt, außer dass er diese Religion dort reinbringt. Es wird passieren. Egal was ist, es wird passieren, weil der Prophet, sallallahu a.s.w. gesagt hat, weil Allah es versprochen hat, weil das passieren wird. Die Frage ist nur, wo stehst du an diesem Tag? Das ist die Frage. Das sagen wir jedem. Das sagen wir auch zu einem Nichtmuslim. Wir sagen, wo stehst du an diesem Tag? Der Islam ist die Wahrheit. Wenn du stirbst ohne Islam, bist du in der Hölle. Das sagen wir zu jedem und wir schämen uns nicht dafür. Weil es die Wahrheit ist, ob es einem gefällt oder nicht, es ist die Wahrheit. Hier, was hat der Prophet gemacht bei Medienverfolgung? Er hat weitergemacht. Und wie hat er seine Folge erzogen? Wie hat er seine Folge erzogen? Bruder, dann kam der nächste Punkt hier. Familiärer Druck, seine Töchter, wie hießen die zum Beispiel? Rukreja und Umkulzum, was ist mit denen passiert? Sie sind geschieden worden. Sie waren mit den Söhnen von Abu Lahab verheiratet. Familiärer Druck, das sehen wir heute auch. Leute nehmen Islam an und sie kriegen familiären Druck. Wir sagen sie, sei standhaft. Sei standhaft. Es gab vorher die Leute, denen ging es schwieriger. Dann, Folterung. Schaut euch an, Chababin und Arad, wie ich eben gesagt habe, dem wurden heiße Steinstücke, die am Glühen waren, auf den Rücken drauf getan, so dass sein Fleisch verbrannt ist und man es riechen konnte. Aber der hat weitergemacht. Guck mal, Chababin Arad, radiyallahu anhu, einer der Sahaba, der am meisten gefoltert wurde. Wenn nicht, ich würde sogar sagen, Chababin Arad ist der, außer jetzt Sumer und Yasser, der am meisten gefoltert wurde. Ja? Der, oder Bilal, Chababin Arad, der ist zu Propheten gegangen und was hat er zu ihm gesagt? Hört euch diesen Hadith gut an, damit ihr seht, wie der Prophet, a.s.w., in dieser Situation, in dieser Härte, Folterung, familiärer Druck, Medienhetze, und so weiter, und so weiter, wie er seine Sahaba erzogen hat und dann könnt ihr gucken, wer heute die Muslime richtig erzieht. Chababin Arad, einer, der gefoltert wurde von morgens bis abends, der nachher schwarze Löcher am Rücken hatte von den Kohlenstücken, der wirklich gefoltert wurde, wie man es sich nicht vorstellen kann. Er geht zum Propheten und sagt zum Propheten, أَلَا تَسْطَنْسِيَ لَنَا أَلَا تَدْعُ لَنَا Warum machst du keine Dua für uns? Warum bittest du nicht, Allah uns zu sieben Sieg zu verhelfen? Was sagt der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wa sallam? Er sagt sinngemäß, es gab vor euch Leute, die sind in die Erde eingebuddelt worden und ihnen ist eine Säge auf den Kopf gesteckt worden und sie sind in der Mitte durchgesägt worden und das hat sie nicht von der Religion abgebracht. Es gab vor euch Leute, man kam mit Kämmen aus Eisen und hat damit zwischen ihrer Haut und zwischen ihren Knochen und ihren Nerven alles weggenommen und das hat sie nicht von der Religion weggebracht. Was will er damit sagen? Er will damit sagen, sei standhaft, ihr seid die beste Oma. Die beste Oma ist die, die am besten auf die Probe gestellt wird. Auf die Probe gestellt zu werden ist nicht ein Beweis, dass du falsch liegst. Auf die Probe gestellt zu werden ist ein Beweis, dass du richtig liegst. Nicht wie heute einige Leute, denen das Herz nicht in die Hose gerutscht ist, sondern denen das Herz in die Strümpfe gerutscht ist, erzählen. Kriegst du ein Problem? Oh, oh, hick mal, hick mal, wir hätten es besser anders gemacht. Ach, wo leben wir? Welche Koran hast du gelesen? Welche Sunnah hast du gelesen? Ach, der Prophet sagt, das waren die Leute hier. Habt ihr die Sure gerade gehört, die der Imam gelesen hat? Diese Leute wurden ins Feuer geschmissen und bei lebendigen Leibe verbrannt. Kinder, Frauen, Männer. Und was sagt Allah zu diesem Tod? Weliq al-Fawzul-Kabir. Weliq al-Fawzul-Kabir. Dies ist der große Erfolg. Allah sagt nicht, der große Erfolg ist, ein großes Gebäude zu bauen oder der Chef zu sein und einen schönen Anzug zu bekommen, viel Geld zu erreichen, sondern für Allah zu sterben. Das ist der große Erfolg. Standhaft zu sein bis zum letzten Atemzug. Aber heute? Oh, der hatte bestimmt keine Hikma. Heute ist Hikma, wenn du mit den Satanen an einem Tisch sitzt, dann bist du erfolgreich gewesen. Wenn du mit einem Satan an einem Tisch sitzt und wenn die Satanen dich lieb haben. Ach, die Satanen sollen mich ruhig hassen. Wo ist das Problem? Wo ist das Problem, Bruder? Wir müssen wissen, es gibt Hak und Batel. Es gibt Wahrheit und es gibt Falschheit. Und du musst dich entscheiden, auf welcher Seite du bist. Du musst dich entscheiden. Entweder mit Al-ul-Haq oder mit Al-ul-Batel. Versuche nicht, dazwischen einen Weg einzuschlagen, subhanallah. Die Wahrheit ist klar. Hier, dann der Hadith geht weiter. Vor euch wurde das mit Leuten gemacht, diese Sache, die wurden in der Mitte durchgeschnitten. Und dann sagt der Prophet weiter, hört gut zu. Er schwört, dass Allah diese Botschaft vollenden wird. Was heißt das? Dass er dem Islam zum Sieg verhelfen wird, bis ein Reiter von Hadaramauten bis nach Sana'a ohne Angst reisen kann. Also Angst, außer dass er Angst hat, dass der Wolf sein Schaf ist oder wie der Prophet Aleyhisselat dazu gesagt hat. Ja. Das ist es. Brüder, wir müssen Jaqin haben, der Islam wird kommen. Das ist die Erziehung, die der Prophet gegeben hat. Der Prophet hat die Erziehung gegeben, erstens, dass man Sabar haben muss, aber nicht Sabar im Sinne von ich verstecke mich und dann habe ich Sabar gehabt, sondern Sabar, das heißt arbeiten, arbeiten, arbeiten. Weiter arbeiten, Sabar haben und die Probe als Gnade verstehen. Der Prophet Aleyhisselat hat gesagt, die größte Belohnung kommt mit der größten Probe. Und Allah, wenn er ein Volk liebt, gibt er ihnen eine Probe. Und wer damit zufrieden ist, der kriegt die Zufriedenheit von Allah. Wer Hass dagegen hat, der kriegt den Zorn von Allah. Das ist der Punkt, das muss man verstehen. Es ist kein Kinderspiel. Bruder, wir sind keine Religion für Heulsusen. Wir sind keine Religion für Heulsusen. Wir sind eine Religion für Leute, die standhaft sind. Die Religion muss uns dazu erzielen, der Prophet hat seine Zerhaber dazu erzogen. Der Prophet war der standhafteste. Leute, und das hat den nicht umgeworfen, Folterung, Boykott. Dann haben sie ihn boykottiert. Die hatten nichts zu essen gehabt, außer Haut von Tieren, außer Blätter von Bäumen. Aber was haben die gemacht? Haben die gesagt, oh, jetzt haben wir einen Fehler gemacht, wir ziehen uns besser zurück, wir schmeicheln besser jetzt etwas bei Abu Djal und Abu Leheb. So sind heute einige Leute, die kriegen Probleme, dann sagen die, oh, vielleicht haben wir einen Fehler gemacht, wir müssen lieb sein, wir müssen lieber sein. Achib, was haben wir gemacht? Bruder, wir haben aufgerufen, uns vernünftig zu benehmen. Wir haben aufgerufen, die Leute mit Respekt zu behandeln. Wir haben dazu aufgerufen, friedlich zu sein. Wir haben dazu aufgerufen, nicht zu stehlen, nicht zu klauen, ehrlich zu sein. Was ist das Problem? Das Problem ist ganz einfach. وَمَا نَقَبُ مِنْهُمْ إِلَّا أَيُقْ مِنْهُمْ بِلَّا أَزِيزِ الْحَمِدِ Allah sagt es im Koran. Sie haben nichts an ihn gehasst, außer dass sie an Allah, den Allmächtigen, den Lobenswerten geglaubt haben. Das ist der Koran, das sind nicht meine Worte. Das sind nicht meine Worte. Das ist das, wie der Prophet, a.s.w. darauf reagiert hat. Warum wird die Dawa bekämpft, haben wir gerade gesagt. Erstens Hass. Zweitens, wirtschaftliche Gründe. Zur damaligen Zeit, zur damaligen Zeit, was war dort gewesen? Die haben durch die Götzen Geld verdient, weil die Pilgerer kamen und viel Geld dort gelassen haben. Das war die Einnahmequelle von Mekka. Heute, wirtschaftliche Gründe, stell dir mal vor, der Islam kommt von nach oben. Kein Alkohol mehr, keine Drogen mehr, keine Zinsen mehr. Da gibt es einigen Leuten, die die weltische Wirtschaft regieren. Schlecht. Also wundere dich nicht. Dann Leute, die einfach fanatisch sind, mit ihrer Sache. Und dann geht es um Herrschaft. Der Islam sagt, inna al-hukmu illa lillah. Die Herrschaft ist Allahs. Nur Allahs. Und das ist das, womit Leute buddhieren. Brüder, wir müssen wissen, worum es geht. Und das ist das, was leider viele Leute nicht verstanden haben. Dann, wie gesagt, wie hat der Prophet reagiert? Der hat die Gefährten dazu erzogen, weiterzumachen, indem er selber weitergemacht. Und der hat gesagt, dass im Endeffekt die Muslime gewinnen werden und auf die Probe, dass es eine Probe ist, durch die man Hassanet bekommt. Ja, dann, warum gibt es die Probe überhaupt? Die Probe gibt es, warum? Weil Allahs. Wir werden euch auf die Probe stellen, bis wir die kennen, die sich anstrengen und die standhaft sind und bis wir eure Taten auf die Probe gestellt haben. Allah trennt damit diejenigen, die nur labern und diejenigen, die standhaft sind. Allah sagt im Koran, haben die Menschen geglaubt, dass sie in Ruhe gelassen werden, wenn sie sagen, wir sind Gläubige und sie werden nicht auf die Probe gestellt. Aber wir haben schon diejenigen vor auf die Probe gestellt, bis wir kenntlich gemacht haben, bis das erkennbar wurde, wer die Standwahrhaftigen sind und wer die Lügner sind. Möge Allah zu den Wahrhaftigen machen. La ila illallah ist nicht nur ein leeres Wort auf der Zunge. Man muss sich dafür verdienst machen. Man muss dieses Wort leben. Dann, wie reagieren die Munafikun? Die Rumafikun reagieren anders. Die verstehen unter der Probe eine Strafe. Allah sagt das im Koran. Allah sagt im Koran, وَمِنَ النَّاسِ مَيَقُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوْذِيَ فِاللَّهِ جَعَلَا فِيطْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ Von den Menschen gibt es Menschen, die sagen, wie glauben wir an Allah. Aber wenn sie dann auf Allahs Weg Probe erfahren, machen sie die Fitna, die Verführung der Menschen zur Strafe, nennen sie das Strafe von Allah. Und wenn die Hilfe zum Sieg von Allah kommt, weißt du, was sie dann sagen? Dann sagen sie zu dir, wir waren doch bei dir. Wir waren doch mit dir. Ach, da fällt dir nichts mehr ein, oder? Ach, ich sehe dein Gesicht, da fällt dir nichts mehr zu ein, Maschallah. Ja, Bruder, und dann haben wir schon Abdullah ibn Uba ibn Salul geredet, wie er immer dieses Mitleid hatte mit Leuten, die gegen diese Religion sind. Bruder, ich hoffe, wir haben es verstanden. Möge Allah uns standauf machen. Und möge Allah uns zu den Wahrhaftigen machen. Und möge Allah uns zu denjenigen machen, die dies richtig verstanden haben und die für diese Religion bis zum letzten Atemzug.